Wenn es ein Wort gibt, wofür steht hier? Okay, dann würde ich vorschlagen, wir sagen, was wollen wir? Zukunftsfähige Landwirtschaft ist nicht das beste Wort, aber passt schon. Und wann wollen wir das? Jetzt. Okay, was wollen wir? Zukunftsfähige Landwirtschaft! Wann wollen wir das? Jetzt! Was wollen wir? Zukunftsfähige Landwirtschaft! Wann wollen wir das? Jetzt! Aber zack, zack! Zack, zack! Das ist gut. Dann gehe ich mal zur nächsten Person. Ich versuche mal, den Blick zu vermeiden. Ja, hier, wir haben die Aso. Das ist doch ganz gut zum Thema Ernebungspolitik und gutes Lebensmittel für alle zugänglich zu machen. Warum seid ihr da? Genau, also wir sind AWO International, das ist der entwicklungspolitische Fachverband der Arbeiterwohlfahrt. Und wir setzen uns für eine Ernährungswende weltweit ein und für faire Lieferkette in der Agrarindustrie, nicht nur in Deutschland, sondern überall. Okay, super. Da ist die gerade mal, das ist schon über Lieferkettengesetz an der EU-Ebene, oder? Genau, und da sind wir auch Teil der Initiative E-Fakettengesetz und setzen uns für ein starkes E-Fakettengesetz ein. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in EU-Weiter-Ebene. Super, danke schön. Und was gibt dann ein Wort? Wofür steht ihr? Warum seid ihr da? Für, was hat mich hier in der Gruppe? Nachhaltigkeit! Nachhaltigkeit! So, ich glaube, die Bäume reden.